Und hier haben wir ein Twinset von Bericotti. Bericotti wurde aus Italien, ein eigenes Design. Dieses Twinset hat hier oben einen Top, wie man sieht, mit Strachsteinchen verziert. Es ist aus Viskose, sehr fließend. Dieses Twinset ist noch zu haben in Größe L und XL. Also in Größe 44,46 und 48,50. Hier nochmal eine Jacke. Auch mit Lüftkettlook hier unten. Dukiesgehalten, Dukiesgrau, total verspielt, wie man sieht. Wiederholt sich das auch nochmal so eine Kette. Fällt übereinander, über aufeinander. Kragen, im Rundenteil Uni, außer hier unten nochmal. So, diese Twinset kommt 79 Euro. Minus 20% gibt es auch auf diesem Twinset. Das wäre der Endpass 63 Euro. Bei zwei Teile für 33 Euro. Ja, auch hier nochmal Mode aus Italien. Hier habt ihr auch ein sehr schönes Twinset. Diesmal ist es etwas anders. Die Jacke ist direkt gefasst an diesem Shirt. Also sieht total toll aus. Fällt sowieso in Kessler. Dieses Twinset ist auch wieder für viele Angelegenheiten zu tragen. Also es macht sich sehr gut auch auf Grauen und auf Schwarzhose, auf Graue Hose besonders gut. Denn da kommt das nochmal richtig aus sich raus mit den Farben spielen. Ja, dieses Twinset kommt normalerweise 49 Euro. Aber es ist jetzt reduziert mit 20%. Das wird der Endpreis 39 Euro. Ja, jetzt hier habt ihr auch nochmal einen Teil vom Twinset, einen Pulli. Dieses Teil kommt von Kiwi, wurde aus Italien. Das ist ein sehr hochwertiges Material. Sehr fließend. Fließende Fiskose. Hier vorne ist nochmal mit Fajetten gearbeitet. Also mit kleinen Steinchen. Auch nochmal hier ein Knöpchen. Italienhäte. Sehr schöne Farbenspiegel für den Sommer. Passt auf, wenn man schon sieht, auf den weißen Hosen. Hat einen eleganten Klär auf dieser Pulli. So, zu diesem Pulli, das hat sich gefühlt mit Twinset entwickelt. Kommt dieser Laser dazu. Sehr rauffreundlich, sehr weich. Sieht top aktuell. Sehr schick. Also das ist auch ein Einzelstück. Das ist einmal da und dann nicht mehr. Wie gesagt, wie ihr jetzt schon seht. Es hat was. Es ist wirklich super, elegant. Auch hier ist noch nicht an den Taschen mit Fajetten verarbeitet. Also es ist ein sehr aufwendiges Twinset, wo man es sich auch wirklich mit sehen lassen kann. Das Twinset hat echt fair und ist auch eine hochwertige Qualität. Zu dem Preis. Hier ist die Farbe Welt. So, wie ihr seht. Ist auch in allen Formen gezogen worden. So. Also wie ihr seht. Top aktuell. Sehr elegant. Für viele Anlässe für 98 Euro von Design Bukini. Oder aus Paris. Aus Italien.